hallo und herzlich willkommen zu meinem video meine freund ihr seht hier mal auf jeden fall mein zimmer wie ihr sehen könnt das ist mein zimmer leute und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern wieso ich mein zimmer zeige was ich heute vor habe was ich euch zeigen möchte und so da werdet ihr euch sicher jetzt wundern wahrscheinlich aber das kann ich euch auch gleich sagen so wie das zimmer jetzt ausschaut ich kann aber gegen schrecklich leute schrecklich ich gebe ich werde euch mal so eine rund ding so eine 360 grad drehung machen hier beginnt und hier enden wir auch wieder drehen einmal 360 grad das könnt ihr euch anschauen wie das hier ausschaut das ist einfach nur so schrecklich viel klumper liegt auf meinem schreibtisch leute ich sage euch gleich einmal ich kann euch was verraten das zimmer wird nicht so bleiben wie es jetzt ist da wird sich einiges ändern setzt das video jetzt in einem setzt das zimmer jetzt in einem video wie es jetzt ausschaut und dann bis dann ausschauen wird das zimmer wird komplett ungerüstet da wird so viele neue reinkommen das zimmer wird ungerüstet ich sage es euch so 360 grad hätten wir da selbst allein da oben da wird so viel gemacht leute echt das wird alles viel viel besser auch schon leute ich sage es euch gleich da wird so viel gemacht da wird einfach so viel gemacht das bleibt nicht so wie es jetzt ist aber ich würde sagen lasst euch überrascheln und das ist mein zimmer und ja und begrüßt euch zum abschied meine Fütter jetzt habe ich ja Babys dazu bekommen moment ich muss schauen jetzt haben wir Babys nämlich dazu bekommen ich muss schauen ob ich die irgendwo finde die sind so klein da habe ich der kleine Fisch ja ist ein Babyfisch gestern geboren worden noch nicht sehr alt aber schwimmt schon wie wahnsinnig herum ich habe mehrere gibt es davon da habe ich auch schon wieder diese scheiß kleinen nacktschnecken oder wie auch immer diese wasserschnecken auf den scheiben hier habe ich einen wo die da flecke jetzt auf der scheibe die Leute das nervt so hardcore so ja ich würde dann sagen einmal noch eine minute genießen mein aquarium da passt doch schon wieder Leute ciao würde ich sagen